Schick mir ne Menge, hier ist einer, der hier ist so schön, aber da kommt noch ein zweiter. Mach ich den Schrank auf, um zu sehen, wo der Laptop sich versteckt, hier unten rechts. Ich kann nicht mehr, hier ist der Laptop, er ist so schwer, das stimmt nicht, denn er ist ganz leicht. Ein i7 15 Zoll. Komm, ich geh den auch nochmal rüber, oder wollen wir es in den Bettchen? Entschuldigung, dass wir so laut sind, I'm sorry. I'm sorry, we're a musical singer from Holland. Sie meinte, sie hört gerne die Texte. Das Gute ist, sie weiß nicht, ob Steffen oder ich der Cringe bin, wenn ich ihm morgen begegne. Sie weiß nicht, wer es war. Vielleicht denkt sie, dass es Steffen ist. MSI, thanks for the laptops.